Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Schuldrecht-AT-Videoreihe. Wir machen heute weiter mit dem Schadensersatzanspruch nach dem Paragrafen 280 Absatz 1 Absatz 3 282 BGB. Das ist auch ein Schadensersatzanspruch statt der Leistung. Wir sind ja jetzt in der letzten Folge mit den Schadensersatzansprüchen statt der Leistung eingestiegen mit dem 281 BGB. Heute geht es weiter mit dem Paragrafen 282 BGB. Und ich möchte zunächst einmal anmerken, dass dieser Schadensersatzanspruch genauso wie der Rücktritt nach Paragraf 324 BGB, den wir ja auch bereits besprochen haben, im Regelfall für Klausuren und Prüfungen nicht so wichtig ist. Also wir werden wirklich sehr selten aktiv diesen Schadensersatzanspruch prüfen müssen, weil er im Grunde eigentlich doch, ja, die Anwendungsfälle sind relativ begrenzt, würde ich jetzt mal sagen, dieses Schadensersatzanspruchs. Und dementsprechend ist dieses Video so ein bisschen, ja, ich sag mal, obligatorisch. Ihr müsst euch das jetzt nicht unbedingt in allen Einzelheiten merken, aber ihr werdet auch im Video feststellen, dass es relativ simpel ist, diesen Anspruch zu prüfen. Wie immer einmal das Schema, welches wir uns gleich nach dem Beispielfall einmal zusammen dann anschauen werden. Ich lese zunächst einmal den Beispielfall vor. Malik M soll bei Esma E Handwerksarbeiten durchführen und unter anderem die Heizungskörper der E lackieren und die Wände streichen. Die beiden vereinbaren eine Pauschalvergütung von 6000 Euro für die Arbeiten. M fängt mit den Arbeiten an, doch schon nach einiger Zeit fällt der E auf, dass M während der Arbeit in den Zimmern der E raucht. E fordert M daraufhin auf, dies zu unterlassen. M hört aber nicht auf die E. Irgendwann wird es der E zu bunt und nachdem M auch mehrfach nicht zu vereinbarten Terminen erscheint, sagt E zu M, dass dieser nicht mehr kommen braucht. E organisiert sich daraufhin einen anderen Malermeister, welcher daraufhin 7200 Euro Vergütung haben möchte. Von M verlangt E daraufhin Schadensersatz und Höhe von 1200 Euro, also die Mehrvergütung, die an E an den neuen Malermeister gezahlt hat. Das heißt, hier haben wir also den Fall, die E beauftragt den M für diese Handwerksarbeiten. Sprich, wir haben hier im Regelfall einen Werkvertrag. Könnte auch ein Dienstvertrag sein, aber sei jetzt mal dahingestellt. Ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Und es wird eine Vergütung von 6000 Euro vereinbart. Der M verhält sich mehrfach, das ist ganz wichtig, mehrfach vertragswidrig, raucht in den Zimmern der E. Die E ermahnt den M mehrfach. Der M erscheint dann auch ein paar Mal nicht zur Arbeit, zu den vereinbarten Terminen. Und E sagt dann, Moment mal, das reicht mir, du kannst deine Koffer packen. Du brauchst gar nicht mehr erst kommen. Die E beauftragt dann einen anderen Malermeister, welcher aber 1200 Euro teurer ist für die Arbeiten. Und diese Kosten, also diesen Mehrbetrag kann die E jetzt hier über Paragrafen 281, 382 BGB von dem M verlangen. Als Schadensersatz statt der Leistung. Warum? Weil die E ja kein Interesse mehr hat an den Arbeiten des M. Logischerweise. Das heißt, wir haben hier keinen Schadensersatz neben der Leistung, sondern eben statt der Leistung. Und folglich, wenn wir dann eben über diese Normkette hier gehen. Im Übrigen liegt natürlich eine Pflichtverletzung, also eine Nebenpflichtverletzung durch den M vor. Hier insbesondere Schutzpflichtverletzung und Mitwirkungspflichtverletzung. Das heißt also, zum einen hat der E durch das Rauchen Schutzpflichten der E verletzt. Da können wir jetzt natürlich überlegen, was das für Pflichten waren, was für Rechtsgüter dort verletzt worden sind. Beispielsweise das Eigentum vielleicht oder die Gesundheit oder den Körper der E und eben diese Mitwirkungspflichten. Das eben zum Beispiel zu den vereinbarten Terminen auch der Schuldner erscheint, was M ja nicht getan hat. Und folglich wären hier alle Voraussetzungen gegeben. Natürlich war das Ganze auch für die E unzumutbar, zumal sie den M ja mehrfach ermahnt hat. Das Schema ist eigentlich hier relativ simpel. Wir brauchen wie immer ein Schuldverhältnis. Wir brauchen eine Pflichtverletzung. Die Pflichtverletzung ergibt sich hier eben aus einer Nebenpflichtverletzung aus § 241 Absatz 2 BGB. Das können wie immer, haben wir ja bereits gelernt, Schutzpflicht, Hinweis, Aufklärungs-, Mitwirkungs- und oder Vertragstreuepflichten sein. Weil dann muss das Ganze für den Gläubiger auch unzumutbar sein. Das ist quasi so der Punkt, wo wir meistens am meisten zu schreiben werden. Nämlich wir müssen wirklich feststellen, dass es für den Gläubiger unzumutbar war, am Vertrag mit dem Schuldner festzuhalten. Und es reicht hierbei logischerweise nicht jede Kleinigkeit aus. Nicht jede kleine Nebenpflichtverletzung reicht hier aus, um diesen Prüfungspunkt bejahen zu können. Also es muss sich wirklich um eine schwerwiegende Pflichtverletzung handeln. Und wenn wir uns mal unser Beispiel anschauen, dann hat der M ja hier mehrfach im Haus der E geraucht. Die E hat den M mehrfach ermahnt. Er ist mehrfach nicht auf die Arbeitsstelle erschienen. Das heißt, hier liegen auf jeden Fall nicht nur Kleinigkeiten vor, sondern wirklich schwerwiegende Pflichtverletzungen. Dementsprechend auch durch das Ermahnen der Ehe haben wir hier logischerweise eine Unzumutbarkeit für die Ehe, hier weiterhin am Vertrag festzuhalten. Und wie immer brauchen wir das vertreten müssen nach § 280 Absatz 1 Absatz 2 BGB, wo das gleiche gilt. Hier auch bei den anderen Schadensersatzansprüchen und einem Schaden, welcher hier im Beispielfall auch vorliegt in Höhe von 1200 Euro. Ja, meistens ist es übrigens ein Mehrbetrag, der dann eben verlangt wird vom Gläubiger an den Schuldner, weil eben entweder etwas anderes gekauft wird, beispielsweise, was teurer ist. Oder eben jetzt in diesem Beispiel beim Werkvertrag oder eben Dienstvertrag, dass eine andere Person eingeschaltet wird, welche dann die Arbeiten für einen teureren Preis verrichten soll, weil es für den Gläubiger eben wichtig ist, schnellstmöglich die Leistung zu erhalten. Ja, falls noch irgendwelche Fragen zu diesem Video bestehen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten hören und sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder, wo wir uns den Schadensersatzanspruch aus § 311a Absatz 2 BGB anschauen. Das ist der Schadensersatzanspruch aufgrund anfänglicher Unmöglichkeit. Und ja, was soll ich sagen? Also im Grunde bewegen wir uns langsam aber sicher aufs Ende dieser Videoreihe zu. Und es folgen, denke ich mal, noch so um die zehn Videos. Wir werden noch die Kulpa in Contrahendo natürlich zusammen besprechen, den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Vielleicht auch noch den Vertrag zugunsten Dritter. Da muss ich mal schauen, ob wir den noch zusammen uns anschauen. Die AGB-Prüfung werden wir uns noch anschauen. Und unter Umständen auch noch die Abtretung. Das sind alles so Punkte, die noch kommen werden. Ihr dürft gespannt sein. Bis zum nächsten Mal, euer § 31.